E-98 nach Kassel und E-99 nach Hegel. Bitte beachten Sie den Zugteil in Gießen. Denfach Richtung vordere Zugteil fährt ab Gießen weiter Richtung Kassel über Marburg. Der hintere Zugteil E-99 fährt ab Gießen in andere Richtung nach Siegen über Wetzlar. Sollen Sie sich noch nicht rechte Bildung teilnehmen, so haben Sie noch die Möglichkeit, Ihnen Gießen zu bezeichnen. Bitte achten Sie auch auf die Fassanzeige hinzuhoben. Wir wünschen Ihnen abgesehen. Sehr geehrte Fahrgäste, die HLB begrüßen Sie auch im Namen des Nordhessischen Verkehrsverkehrsverkehrs des Rheinweinverkehrsverkehrs im E-98 nach Kassel Hauptbahnhof und wünschen Ihnen eine angebung Reise. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020